ja ist so ich habe keine wenn du keine mehr hast kannst du nix verlieren was sagt ihr soll mir das gerne machen also ich tendiere stark zu lasken auch wenn ich jetzt hätte einen töten können weil wenn er wirklich wenn er wirklich diese fallen karte bin ich nächste runde tod ist egal was ich lege auf dem gamble weg mit der scheiße was nehmen wir weg schmeißen unseren kleinen wurm hier weg und schmeißen einen dicken ochsen hier weg und jetzt eine rakete jetzt erst mal eine 6 ja eine 4 rakete und katapult bitte rakete und katapult ich kacke ab alter last kempel nein du musst das mit destiny tor spielen weißt du wo es gibt er denkt jetzt erst mal das hat er diese scheiß zauber gerade gezogen die kann mich doch gar nicht anvisieren aber ich liebe dieses deck jetzt schon bitte benutzt jetzt keine fallen karte alter flott geht damit was kommt kommt bitte aktiviert nix überlegt gerade Booyah! Fuck yeah, bitch! Ah, dieses Gefühl! Und er so... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.